Ja, Cash, Money, Heroes, Private Jets, Polished. Jakob Nahm hängen geblieben, Rausch mit dem richtigen Fuß und Rausch trifft und Hannover führt. Und der erste Torstoß in der 21. Minute sitzt direkt. Konstantin Rausch, der Torschütze. Sascha Rausch, der Torwart. Konstantin Rausch, der Torschütze. Weiter geht's mit Rausch. In der Mitte ab der Laue! Ab der Laue! Völlmuste und Hannover kommt es net in die Fiste, mit Rausch und Jakuna. Rausch, in der Mitte, Sobich! Eigentor! Eigentor! 2 zu 2, Hannover 96! Ab der Laue! Rausch! 96 führt! Und jetzt ist es Konstantin Rausch! undusta 2 zu 0! Die drei V survivre! Imamo, imamo! Imamo! Na,未amo, imamo! neutral gewesen 2 zu 0! Ich lebe, ja! Das ist Rausch und das ist der 2 zu 0. Was für ein Tor von Konstantin, genannt Kocka Rausch. Und da ist die Möglichkeit und das Tor Konstantin Rausch. 58. 59. Das V mit 3 gegen 1 trotzdem setzt sich raus durch wieder ist Rausch mit dabei und ab den Aue und er findet Konstantin Rausch und er hat ganz viel Gefühl auch im rechten Fuß. Fünftes Saisontor für Konstantin Rausch. Konstantin Rausch Konstantin Rausch Doppelschlag, keine weiteren Fragen. Hannover 96 gewinnt mit 2 zu 0.